Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu Minecraft Crash Landing mit den Emberus. Hallo. Hallo. So. Inver, äh, ja, haben wir. Inver, Elektrum und, genau, Inver, Elektrum und Glas. Inver, 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 Ferris, Inver. Elektrum oder Garntel auch irgendwo. Elektrum. So, dann brauchen wir noch das da. Äh, ich habe im Übrigen, ähm, Dings reingehauen, äh, Rubber Trees. Soll ich mal ein bisschen Rubber produzieren. Ein bisschen Glas und so eine... Ah ne, okay, was soll ich hier raus? So, okay, ähm, also, das war jetzt zweimal das, das. Inver, 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 Inver. Blinded Circuit Board, Glas. Äh, Schwein. Ach so, das Ding braucht er ja. Redstone und Plastik drumherum. Man. Äh, Redstone, Redstone. Ich bin froh, wenn, ich bin froh, wenn endlich das ME-Lager da ist, Alter. Heute ist das auch gut sortiert. Man muss sich nur zurechtfinden. Das werde ich nie mit einem normalen Lager. Was hätt, was hast du damals ohne ein Lagersystem gemacht? Ich weiß nicht, ich habe immer eins gebaut. Ja, aber wenn es aber nicht, wenn es aber nicht geht. Ich habe immer eins gebaut. Will der mich jetzt gerade verarschen hier? Ähm, ja. Ja. So rum. Mensch, okay. Inver, 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 Inver. Du spielst jetzt wieder eine Alpha. Inver, Inver. Näh. Zurück in die Zukunft. So. Und hast kein Lagersystem, musst dann halt so Kisten craften und so weiter. Wirst du überhaupt nicht zurechtkommen, oder? Näh. Ja, doch, weil ich. Aber es wäre doch, aber warum, so weit brauche ich ja gar nichts zu denken, weil es gibt ja das Zeug. Deswegen brauche ich ja eigentlich. Aber was wäre, wenn? Näh. Was? So. Ähm. So, das habe ich jetzt. Jetzt brauche ich Inver. Dann brauche ich noch die Zwei Sticks. Hä? So. Zack, 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 zack. Jetzt war noch Inver's Wort. Also, der Helden, die haben wir Bücher? Haben wir zufällig was? Was? Bücher? Glaube nicht. Materials review. Ähm. Und ich habe bis jetzt noch keine Dings gesehen hier. Ähm, Sugarcane. Was? So bricht jetzt eine Welt für mich zusammen. Tja. Ich habe doch irgendwo... Habe ich nicht sicher? Ich habe irgendwo... Bücher gesehen. Bücher habe ich aber irgendwo gesehen, oder? Oder bin ich jetzt im falschen Projekt? Du bist, glaube ich, im falschen Projekt. Du bist, glaube ich, im falschen Projekt. Hm. Cactus Crushed. Iron... Tin. Weil ein Blast aufhatten war ja. Cacao Bean. Genau. Verdammt. Ich hätte da mal vorbeischauen, Leute. Exotic Seed. Exotic Seed. Während ich... Während ich jetzt auf mein Dings jetzt erwarte, dass ich jetzt mein... mein netherrack für hier... Dauert das noch ein bisschen. Hm. Verdammt. He. Jetzt hauert es an Büchern, Alter. Ah. Schau mal. Oakwood in den Pulverizer und man kriegt Woodchips. Und aus drei Woodchips kann man sich ein Papier machen. Mach, 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 mach. Und dann kannst du nämlich noch diese, ähm... Bücher herstellen ist auch ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Was? Bücher herstellen ist ganz einfach. Ja, es ging mir um dieses scheiß Papier. Du hast die, ähm... Die Blankplätter, die brauchst du fürs Buch. Quatsch. Klar. Ich hab... Ach, Quatsch. Ich hab mir ja mal zwei Leder rausgesnackt. Leute. Hallo, mein Pulverizer hat keinen... Da hat keinen Strom mehr. Oh, Mann. Hast du jetzt gerade Kohle reingepackt? Ja, klar. Danke. Oh, Mann. Jetzt wird gleich schwer verdurstet. Ich hasse es. Hier überhitzt du, aber beim anderen Projekt da... Äh, frierst du. Ja, du. Ich nicht. Ach, voll komisch. Ähm... Ja, ist irgendwie bloß bei dir. Das passt dann wahrscheinlich so eine Heizung bei dir eingebaut. Klar. Du nicht? Nein. Aber so wie ich's aus gerade sehe... Äh... Hitze, Hitze, Hitze... Da, 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 da... Wollen wir auch kurz ein bisschen Platz machen. Ich würd dich ja gern hauen, aber das geht nicht, ja? Ja. Du hast auch, glaub ich, die Game Rules auch geändert. Die was hab ich geändert? Die Game Rules, also PvP ausgemacht. Äh, ich weiß es nicht. Ich glaub, weil du dich auch beschwert hast, warum ich dich mal gehauen habe. Echt? Ja. Das kann gut sein. Voll mit Wasser. Damit du mich nicht mehr haust, hab ich einfach PvP ausgeschalten. Achso. Ah, okay. Jetzt drehen wir das so rum. Ja, weil du mich immer gehauen hast. Ich hau dich doch nicht. Ich streiche die. So. Woodchips haben wir schon mal. Ähm... Oh, yeah. Oh, wow, 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 wow. Jetzt hab ich natürlich zu viel gemacht. Ich hab ein bisschen Papier übrig. Brauchst du Papier? Oh, ne. Ich brauch Nasserwerk, drei Stück. Sind wir noch nicht da? Ne. Deswegen warte ich ja schon so bekloppt. So. Ähm, okay, das kann man eigentlich noch mal alles reinlegen. Und zwar haben wir einmal... Tingear, Tingear. Buk, Buk. Was haben wir noch? Den... Das da? Ich bin mal richtig produktiv, glaub ich, heute. Ein Wund. Das und das. Äh, wir könnten allerdings noch nen... noch ne Crafting Station getragen. Dann bau doch eine. Weil... Weil die nämlich... alle belegt sind. Und diese Spinne oben geht mir jetzt so auf den Keks, Alter. Dann tötest du sie. Nein. Ich trau mich nicht aus. Unter Wochen. Jetzt hab ich mein Holz natürlich für das Ding genommen jetzt. Hä? Sticks? Ich renne über 500.000 Mal an irgendwelche Sachen an, weißt. Oh, hier haben wir noch Raw Plastik. Okay. Ähm. Ach, da oben. Alter, jetzt war ich schon mal überlegen, wo das Scheiß Holz war, aber ich es gerade rausgenommen hab. So. Okay, jetzt können wir die Stickies da reinmachen. Dann können wir nämlich schon mal so ne In-Boss... Was brauch ich? Ne Pick-Ace, oder? Weiß nicht, ob du ne Pick-Ace brauchst. Ne, Quatsch. Ich brauch ein Schwert. Weil ich will ja nen Kriner bauen. Brauch ich denk ich In-Boss-Sword. So. Okay. Jetzt brauch ich nur noch diese, äh... Redstone Reception-Keule. Redstone und ein Gold. Das geht ja. Das geht ja. Brauch ich nur noch... Ne, kein Ding aus der Leuch. Ich brauch... Gold. Zack. Redstone hab ich einstecken. Okay. Jo, also mein Grind hab ich fertig. Was hast du gemacht? Nichts. Moment mal. Ich hab wieder Rohstoff hier, das man nachgefüllt. Ah ja. So. Grind ist schon mal fertig. So jetzt war für die Quest natürlich noch ein Teil. Du hast kein rotes Plastik. Und zwar... Was hab ich? Rotes Plastik. Was willst du denn mit rotem Plastik? Für was? So, dann können wir die Charging Station jetzt nicht machen. Dann... Nein, ich will jetzt keine Charging Station machen. Bist du blöd, Alter. Hör auf... Sei halt froh, dass wir überhaupt... Wie viel... Wir haben jetzt vier verschiedene Plastiksorten. Sei halt froh, Mann. Ich brauch aber rot. Ja. 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 Tinkers Alloy-Gier. Tinkers Alloy. Ich brauch Tinkers Alloy-Zeug. Ja und? Oder... Oder... Oder Bonze. Dann guck mal einer... Dann guck mal einer... Dann guck mal einer... Dann guck mal einer... Dann guck mal einer Chess. Vier... Acht... Elf Stück brauch ich. Dann guck keiner Chess. Haben wir sowas. Na klar. Hier hab ich zwei. Ja, zwei Stück sind hier drin. Hallo? Da sind bloß zwei Stück drin, ne? Lol. Tinkers Alloy haben wir bloß zwei Stück. Eieieiei. Eieieiei. In den Bronze. Wollen wir noch irgendwo rumflattern. Haben wir Bronze? Theoretisch, ja. Oh, Bronze haben wir. Okay, Bronze haben wir. Gut, dann nehm ich Bronze. So. Bronze. Dann brauch ich Iron. Dann brauch ich wieder Plastisch. Plastisch. Stein. Darf ich mal richtig... Ach, warte mal. Wie... Das muss ich auch wieder oben in die Pressure Chamber reinhauen, oder? Weiß nicht, ob du das nur musst. Ach ne, Leute, ich muss es craften. Ja, wir sind verwirrt. Na, du bist verwirrt. Geh weg von meinem Crafting Table. So, Circuit Board. Mich halt eben. Zack, 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 zack. Klar nehm ich beide. Weiß. So. Das Ding hätten wir schon mal. Okay. Ähm. Wo ist er denn da? Die haben wir. Da brauchen wir jetzt die Gears. Iron und Bonze drumherum. Iron und Bonze. Loh, da ist jemand schwank aus deinem Leben. Hehehe. 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 So. Was ist dieses Conductivity da? Okay, Silber. Ich brauche Silber. Lol. Haben wir sowas überhaupt? Silber. Oh ja, sogar ganz viel. Respekt. Respekt. Ich habe noch nie Silber gesehen, dass wir Silber produzieren. So. Da haben wir das und das. Das und das. Also ich habe jetzt gleich das nächste Teil gebaut. Was hast du gebaut? Hehehe. Ich habe die Quest fertig. Oh Mann, die haben wir ein Plastik. Wir haben kein Orangisches Plastik. Was ist da los bei dir? Ich dachte, du hast Plastik gemacht. Dittl, 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 dittl. Welche Quest ist denn das? Ah. Ähm. Die, ja. Die Quest. So, pass auf. Der Reaktant kann jetzt Strom produzieren. Und zwar. Äh. Scheiße. Wir schließen den am dümmsten hier an. Weil der produziert nämlich Strom mit Gunpowder. Und Gunpowder haben wir ja relativ viel, oder? Denke ich. Wow. Oder? Hatte ich nicht mehr ganz veganen Powder irgendwo gesehen? Ich hoffe mal das Ding. Ja mal ein bisschen. Und passt rein. Was legt da rein? Was legt da rein? Was legt da rein? Hehehe. Habe ich nicht mehr irgendwo ganz veganen Powder gesehen? Ah, hier hinten. Sag ich doch. Super sov. Ähm. Wie schließe ich den jetzt am dämlichsten an, Mann? Das ist ne gute Frage. Ich könnte den ja eigentlich hier hinten anschließen. Könnte es so machen. Direkt an die Leitung hinten. Dann füllt er zwar die Zelle nicht mit auf. Aber dieses Kabel ist ja überall mit angeschlossen, oder? Ich denke schon. Ja, das Kabel ist überall angeschlossen. Okay. Dann müsste das rein theoretisch funktionieren, wie ich mir das denke. Okay. So. Du brauchst jetzt äh Gunpowder, ne? Ja. Und irgendeine Flüssigkeit. Was braucht der für eine Flüssigkeit? Hä? Hehehe. Der Red Song hat konfiguriert. naja. Der Flux using alchemical reaction. A solid reactant and a fluid fuel. A fluid fuel. Hm. Was ist das? Ist das vielleicht Wasser? Oder verbrennt er...? Lol. Der verbrennt Mop-Essenz und Gunpowder und macht daraus... Du hast ja eine Mob-Essence auch bekommen, ne? Müssen wir auf jeden Fall aufheben. Hast du jetzt Garten-Powder reingelegt? Achso. Aber keine Mob-Essence einfüllen. Nö. Weil die brauchen wir jetzt zum Spawnen von denen, für unseren Auto-Spawner dann. Alter, der produziert ja ganz schön lange Strom mit dem bisschen da. Schade ist ja bloß, dass sie die Zelle nicht mehr auffüllt. Warte mal. Wir könnten ja... Ähm... Was ist denn das? Das müsste ja dann quasi... Ne. Zweifel fängt ja wieder irgendwas kaputt. So blau ist quasi hier. Ein Walross. Dann brauchen wir jetzt hier noch blau. Ne. Hehehehe. 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 Es gibt einen Walross. Hehehehe. Was? Walross? Lol. Ein Walross? Ein Walross? Muss nur Fisch. Einmal so wie in ne Kiste machen. Und dann? Dann ist das ein Walross. Lol. Alter, jetzt füllen wir die Zelle aber schnell auf. Also diese Reaktent-Dynamo ist aber eigentlich gar nicht mal so übel. Oh, fast schon. So, jetzt war ganz im Metall wieder zugemüllt. Aber wir haben nen Grinder. So, wo waren wir denn in ne Mobfarm hin? Draußen, oder? Oder ansonsten. Aber willst du rausgehen? Ja, ich hab gedacht. Willst du rausgehen? Weil es ist was. Klar. Muss aufpassen, da sind Spinnis irgendwo und die laufen dir hinter wieder her. Die baue ich am besten hier ganz hinten in die Ecke, oder? Wo wir unsere Hühler und so haben. Ja, ich muss die Hühler gekriegt haben. Was denn? Das ist nice, aber ich da rein zu tun. Ich geb dir mal nen Tipp, das findet man nur in der Festung. Achtung! Die Spinne hinter dir! Ui! Nette Marzell! Wo haben wir Feuer? Ich bring mir die in der Lava. Feuermäßig. Brauche ich es aber eigentlich nicht gerade nicht. Weil ich hab mich jetzt gerade mit was anderem befasst. Dann halt's nicht! So, wenn es euch gefallen, dann würd ich sagen. Dann schalt doch morgen wieder ein, wenn es dann wieder heißt Crashlanding! Bis morgen! Tschüss!